Und wenn der Wind durch seine Blätter rauscht, der Baum hat geschwiegen und uns doch belauscht. Wer kennt schon das letzte Geheimnis der Natur? Wer zeigt uns auf Holzwegen die richtige Spur? Und wenn der Baum noch lebte und ich ihn frage, wo ist er hingegangen am Ende seiner Tage? Die Antwort erkenne ich auf der leeren Wiese. Er steht am anderen Ort, am Tor zum Paradies. Er steht am anderen Ort, am Tor zum Paradies. Er steht amessen.